Grüß euch, ich bin der Leira, ich bin vom Chaos Computer Club Wien, kurz C3W. Wir haben am 17. Jänner, das ist ein Dienstag, zum regulären Termin, dritter Dienstag im Monat, unser Chaos Communication and Caffeine Treffen hier im MetaLab, 19 Uhr. Wir würden uns über viele Besucherinnen und Besucher freuen. Zahlreiche Themen, der Herr Sobotka wird ein Thema sein, wir wollen ein bisschen über unsere Infrastruktur sprechen, wir wollen unsere Chaos macht Schule Menschen loben, unterstützen und streicheln, die ganz, ganz viel schon gearbeitet haben. Wir wollen ein bisschen vielleicht über den Kongress sprechen. Wir haben ganz, ganz viele Ideen für Projekte, also wir planen eine Art Partnerbörse, also Ideen suchen Umsetzer, Umsetzer suchen Ideen. Wenn ihr vorbeikommen wollt, wie gesagt, 17. Jänner, 19 Uhr hier im MetaLab, offen für alle und wir freuen uns schon sehr. Ja, Infos gibt es auch auf C3W.at, ich glaube, da müssen wir noch die Event-Seite aktualisieren. Aber das machen wir jetzt dann auch gleich. Gut, das war es von mir schon wieder. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, geht wieder. Bist du eh gleich, du Peppe, oder? Ja. Ja.